Und darüber werde ich auf jeden Fall sprechen, egal was andere sagen oder tun, weil ich finde, das ist eine richtig gute Frage, Leute, ehrlich. Also, passt auf, das ist ganz einfach. Wisst ihr, warum so viele Zuckerfest feiern und lieben, extrem lieben? Das ist eigentlich ganz einfach. Also, Muslime haben den Monat davor, also sprich, den letzten Monat dann sozusagen, gefastet, weil sie, also weil das zumindest der Monat war, wo sozusagen der Koran herabgesandt worden ist, okay? Und der Koran sozusagen vollendet wurde, als Religion sozusagen auf die Erde gekommen ist. Deswegen ist das ein super heiliger Monat. So, und jetzt kommt der Punkt. Muslime, Musliminnen fasten bis sozusagen, also sprich, sie dürfen was essen bis Sonnenaufgang, okay? Und dürfen dann nichts mehr essen bis zu einer Zeitspanne bis Sonnenuntergang, okay? Dürfen nichts essen, nichts trinken. Auch keinen Sex haben übrigens, so nebenbei an der Stelle erwähnt. So, und jetzt kommt ein Punkt. Dann brechen sie ihr Fasten bei Sonnenuntergang. Und jetzt kommt so ein Punkt. Jetzt machst du das 30 Tage lang oder je nachdem, wie lange man das jetzt nun mal macht. Und dann kommt ein Zeitpunkt, dass diese Zeit vorbei ist und man feiert sozusagen, dass man so lange durchgezogen hat, dass man auf so viele Dinge im Leben verzichtet hat. Auf Essen, Nahrung, mach das erstmal. Das ist nicht einfach. Nur so nebenbei, nichts essen, nichts trinken. Also, heftig. Das ist so. Und dann kommt noch ein anderer Punkt, dass das auch noch ein super heiliger Monat ist. Und im Koran stehen ja auch die ein oder anderen Dinge natürlich, die sicherlich auch recht interessant sind, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde. Aber Zuckerfest ist das Allergeilste, weil man so richtig feiert. Es gibt richtig geiles Essen, man besucht sich, man ist happy, man feiert einfach. Man kriegt richtig gut Geld von Eltern, man kriegt teils auch Geschenke, je nachdem. Das ist richtig cool. Und das ist so etwas, was so viele nicht verstehen. Und ist für mich persönlich jetzt so einfach mal darauf so eingegangen. Einer der geilsten Tage, die es gibt. Und deswegen feiern Muslime. Mit unter anderem, weil in diesem Monat auch der Koran herabgesandt wurde, um deine Frage natürlich auch zu beantworten. Und für mich ist es das Schönste, was es eigentlich gibt. Aber auch die Ramadanzeit. Also sprich, die Zeit, wenn man zum Beispiel fastet, die ist genauso geil. Also eigentlich kann man das gar nicht vergleichen, weil alle Tage geil sind. Und man ist in diesem Monat so dankbar, dass man so viele Tage durchgefasstet hat, dass man dankbar war, dass man auf all seine Bedürfnisse so verzichtet hat eigentlich und nur an bestimmten Zeitpunkten machen durfte. Und dann plötzlich so ein Zeitpunkt kommt so, hey, ich habe mich so ein bisschen seelisch, körperlich, geistig total enthalten von all den Dingen. Und ich weiß, was wirklich wichtig ist im Leben. Und deswegen ist für mich persönlich dieser Tag, also der Fastmonat, einer der schönsten Tage. So, ich hoffe, ich konnte dir diese Frage beantworten. Und wenn nicht, dann schaut euch irgendwelche anderen Videos auf YouTube an. Oder, ja, irgendwie sowas. Okay, Leute, lassen Sie uns jetzt einfach zocken, ganz ehrlich. Eigentlich, ich ganz ehrlich, ich wollte eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil ich einfach denke, ganz ehrlich, wen interessiert das? Glauben ist eine persönliche Sache, aber es wird ja gefeiert, es wird ja gemeinschaftlich gefeiert. Deswegen kann es ja schon durchaus sein, dass es anderen auch interessiert. Ja. Kein Problem. Kein Problem.